Hallo und herzlich willkommen zu Energiewirtschaft einfach gemacht. Mein Name ist Carsten Eckert und in diesen Videos machen wir uns die Energiewirtschaft einfach. Heute geht es um die fünf wichtigsten Infos zum Atomausstieg. Das erste Kernkraftwerk, was in Deutschland jemals ans Netz gegangen ist, war 1962 in der Nähe von Groß-Welsheimen unter Franken. Das gehörte zum RWE-Konzern und wurde durch die AEG gebaut. Demhingegen gab es die letzte Inbetriebnahme 1989 beim Kernkraftwerk Greifswald. Es gab tatsächlich in der damaligen DDR sowohl in Sachsen als auch Sachsen-Anhalt als auch in Mecklenburg-Vorpommern verschiedene Kernkraftwerke oder Reaktoren, deren Inbetriebnahme durch die Wiedervereinigung 1990 niemals realisiert wurden, die also als nicht wirtschaftlich genug im Vergleich zu den westdeutschen Kernkraftwerken oder als Bedrohung für die jeweilige Leistung von dort angesehen wurden und deswegen nie ans Netz gekommen sind. Nach dem Reaktorunglück in Fukushima ist 2011 ja ein Atommoratorium in Deutschland in Kraft getreten. Im weiteren Jahresverlauf gab es dann auch ein neues Atomgesetz, welches die sieben zu diesem Zeitpunkt ältesten Kernkraftwerke sofort vom Netz genommen hat, sowie ein bereits zu diesem Zeitpunkt im Stillstandbetrieb laufendes Kernkraftwerk ebenso direkt vom Netz genommen hat. Ich nehme dieses Video gerade im Mai 2019 auf und aktuell gibt es noch sieben Kernkraftwerke, die in Deutschland am Netz sind. Diese werden bis allerspätestens zum 31. Dezember 2022 vom Netz genommen werden. Und zum Abschluss noch eine kleine Info zu dem augenscheinlichen Argument, was jedes Mal kommt, wenn man über den Atomausstieg in Deutschland spricht. Hm, unsere Nachbarländer haben doch so viele Kernkraftwerke, das hilft doch gar nicht, wenn wir da aussteigen. Wenn da drüben was schief geht, ist das doch genauso schlimm. Maggrundsätze stimmen, aber schauen wir uns doch mal an, wie es tatsächlich aussieht. Beginnen wir doch mal damit, welche unserer Nachbarländer gar keine Atomkraftwerke haben. Polen, Dänemark, Luxemburg und Österreich haben keine Atomkraftwerke. Die Kernkraftwerke, die in Belgien am Netz sind, werden bis spätestens 2025 nach aktueller Gesetzeslage auch vom Netz gehen. Ungefähr zwei Drittel der wirklich zahlreichen Atomkraftwerke in Frankreich gehen nach aktueller Planung bis spätestens 2030 vom Netz. Immerhin. Und die vier Atomkraftwerke in der Schweiz, die beiden in Tschechien und das eine in der Niederlande, werden erstmal noch weiter laufen, sind aber überall in der Diskussion und werden vermutlich auch in absehbarer Zeit, weil sie nicht mehr wirtschaftlicher sind als erneuerbare Energien, ein Stilllegungsdatum bekommen. Das war es für heute mit Energiewirtschaft einfach gemacht. Dieses Mal ging es um die fünf wichtigsten Infos zum Atomausstieg. Mein Name ist Carsten Eckert und bis zum nächsten Mal bei Energiewirtschaft einfach gemacht.